Ja, was zeigen die denn? Zeigen die vielleicht mich? Das geht doch gar nicht! Ich bin doch unsichtbar! Ich glaube ich spinn. Das ist doch kein Maus. Ich bin der Pur-Muckel. Jawohl! Was, du bist der Pur-Muckel? So, jetzt komm nur rein. Nur rein in die Küche. So, jetzt lass das kurz schmecken. Mein Pur-Muckel, ich müsst mir ja gleich waschen, wenn du einmal an Marmelade isst. Nein, 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 Wasser ist nur dazu da, dass man mit einem Schiff drauf herumschwimmt. Weißt du, so, so, so. Der wird doch nicht wirklich mit auf das Schloss gefahren sein. Oh, schön! Ob das Schaukelhügel? Das ist Musik! Komolzmusik! Das wäre aber gut für den Meister Eder zum Wurst runterschneiden. Hallo, Jakob. War er das? Drei von Wünschen. Ich gehe jetzt essen.